ja hallo und willkommen bei admiral presents im folgenden video könnt ihr wenn ihr wollt euch mal ein paar eindrücke von vancouver verschaffen vor ein paar jahren hatte ich die möglichkeit dort einen urlaub zu verbringen und dabei sind unter anderem die folgenden bilder entstanden also falls ihr euch schon mal immer überlegt hat kanada kanada soll ich da hinfahren oder nicht ja fahrt dahin das lohnt sich auf jeden fall vancouver zumindest für den rest kann ich nicht sprechen ich habe nur vancouver und seine umgebung gesehen aber das hat sich allemal gelohnt so und ohne dass ich jetzt noch viel weiter daher quatsche schaut euch einfach an viel spaß dabei so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020